Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mini-Podcast-Formats. Heute möchte ich mit euch über die Fragestellung sprechen, warum eigentlich Warhammer 40k? Dabei soll es nicht darum gehen, warum man mit dem Tabletop anfangen sollte oder etwas ähnliches, sondern mit der Frage, warum ist das Thema Warhammer 40k als Ganzes so faszinierend und so bindend? Ich kam auf diese Thematik, weil ich mich gefragt habe, warum beschäftige ich mich eigentlich schon so lange mit dem Thema Warhammer 40k außerhalb des Tabletops? Jetzt dieses Hobby verfolge ich erst gut zwei Jahre. Was macht für mich dieses Universum so faszinierend? Und vergleichsweise zu anderen Hobbys, die immer mal kamen und gehen, warum beschäftige ich mich jetzt schon so lange mit 40k? Angefangen hat es bei mir ja vor 14 Jahren circa, wo ich das erste Mal bei einem Freund, Warhammer Dawn of War, auf dem PC gespielt habe und mich wirklich direkt verliebt habe. Es hat darauf ein Sommer gefolgt, wo ich bei meinem Vater auf dem Laptop das Spiel wirklich durchgesuchtet habe. Aber allein dieses Spiel hat für mich das Warhammer 40k-Universum schon so extrem gut dargestellt und mich als ein Mensch, der überhaupt nichts mit dem Hobby zu tun hatte, direkt gebunden und auch perfekt in das Hobby oder in die Thematik Warhammer 40k eingeführt. Die Geschichte von Gabriel Angelos und seinem Bloodwavens ist für mich ein wirklich gelungener Einstieg in dieses Hobby, weil es wird viel dargestellt, was dieses Hobby oder die Thematik Warhammer 40k für mich so ausmacht. Wir haben einen Planeten, der eigentlich einen schönen Zustand hat, Habitatis. Und das Astra Militarum ist vollkommen damit überfordert, eine Welle von Orks zurückzuschlagen. Dann kommen die Bloodwavens als Schild der Menschheit, um dieses ganze Übel zu verhindern. Aber leider bleibt es ja nicht dabei. Wir kriegen Elda ins Spiel. Wir haben das Chaos, was selbst diese heldenhaften Space Marines beeinflussen kann. Und es wird diese Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit extrem gut dargestellt. Aber in dieser Hoffnungslosigkeit gibt es unsere Helden und Anti-Helden. Das ist ja auch das Interessante. Und dieses kleine Szenario des Spiels lässt sich ja auf das ganze Warhammer 40k-Universum übertragen. Wir haben ein Imperium der Menschheit, was vollkommen überdehnt ist und eigentlich immer an sich selber scheitert. Was bedroht wird von äußerlichen und innerlichen Einflüssen, von Xenos, vom Chaos, von Rebellen. Aber wo auch eine extreme Korruption, Missgunst und diese ganzen Geschichten herrschen und sich das Imperium in seiner Schwerfälligkeit und Müdigkeit eigentlich immer selber hindert. Im Warhammer 40k-Universum geht es ja meistens um Krieg. Und auch das ist ja eigentlich eine sehr unschöne und dreckige Sache. Aber Warhammer 40k schafft es, in diese unschöne und traurige Angelegenheit etwas Strahlendes reinzubringen. So ist dieses sinnhafte Bild von, sagen wir mal, einer belagerten Astro-Militarumseinheit, die von Kultisten überrannt wird und wo der Droppod der Space Marines reinrauscht, ein paar Space Marines rauskommen und alle umnieten, ja eigentlich perfekt für dieses Heldentum. Für diesen kleinen Hoffnungsschimmer im Großen und Ganzen Verlorenen. Denn wenn wir darüber nachdenken, sind diese kleinen Heldentaten, wo jetzt Space Marines auftauchen oder wo es schimmernde Persönlichkeiten gibt, im Vergleich zu diesem riesigen Imperium oder diesem riesigen Universum, wo so viel gleichzeitig passiert, so minimal, dass sie eigentlich gar keine Rolle spielen. Ich denke, es gibt so viele Schlachten, so viele Kriege und so wenige Space Marine Kompanien beispielsweise, dass es überhaupt gar keinen Unterschied macht, ob sie jetzt da sind oder nicht. Ja, in der Geschichte, ja, sie sind wichtig für die Geschichte, sie greifen auch immer wieder in Kriege ein. Das gleiche gilt auch für andere, für Elda oder für Tau. Aber dieses ganze große Gefüge dieses Universums, dieser Galaxie, da bringt es eigentlich nichts. Jetzt noch so jede kleine Heldentat ist eigentlich vollkommen irrelevant. Ich klammer jetzt mal Charaktere und Persönlichkeiten aus der Horus-Heresie aus. Aber wenn wir wirklich überlegen, in diesem riesigen Universum, wo so viel Gewalt und Traurigkeit und Unrecht geschieht, ist eine gute Tat des Einzelnen vollkommen irrelevant. Und diese Analogien zu unserer heutigen Zeit, finde ich, ist das, was das Hobby so extrem interessant macht. Auch wir können uns ja fragen, inwiefern machen unsere einzelnen Taten Sinn? Hat das überhaupt eine Auswirkung auf unsere Welt, auf Terra? Ja, aber auch nein. Für unser Mikro-Universum, sage ich mal, hat es eine Auswirkung. Wenn wir jetzt jemandem auf der Straße helfen, dann haben wir eine gute Tat getan und diese Person ist glücklich und ihr wurde geholfen. Aber wenn wir jetzt, sage ich mal, einer alten Frau über die Straße helfen, dann ändert das nichts am großen Gesamtbild der Welt. Und diese Vergleiche können wir noch im Groben und Ganzen weiterziehen. Auch wir sind eine Menschheit, die eigentlich ständig kollabiert. Wir haben Kriege, wir haben Umweltprobleme, wir haben soziale Probleme, wir haben Städte, die immer weiter zusammenwachsen. Urbane Ballungsgebiete, die wirklich eine Megastadt wie, nehmen wir mal Shanghai, bilden. Da könnten wir sagen, wenn das 38.000 Jahre so weitergeht, dann hätten wir schon die ersten Hive-Cities. Und ja, selbst Sachen wie das Chaos, in Anführungszeichen, sind ja auf unserem Planeten aktiv. Wir haben Gewalt, wir haben Seuchen, wir haben Verführungen, wir haben Intrigen. Wir haben ganz viele Lustspiele oder Schlägereien, ihr wisst, was ich meine. Und all das gibt es ja in 40k auch. Also die Menschheit in 40k benimmt sich ja eigentlich nur menschlich, nur auf einem wesentlichen größeren Format. Und dieser Bezug zur Realität ist einer der Aspekte, warum ich 40k so mag. Ich denke, dass unsere Menschheit, wenn wir jetzt ein paar tausend Jahre weiterspinnen, eventuell schon an dem Punkt sein könnte, wo wir zu anderen Sternen fliegen. Wo wir vielleicht unseren Lebensstil so gewandelt haben, dass der Planet zerstört ist, aber wir trotzdem noch lebensfähig sind, indem wir irgendwelche Hive-Cities haben oder Lebenserhaltungssysteme. Nennt es wie ihr wollt. Aber wir fangen ja schon an mit Plänen, wie wir den Mars besiedeln können oder andere Planeten. Es gibt ja auch Habitate, Planeten, die schon gespottet wurden sozusagen. Und all das macht es zu einer wirklich schönen Zukunfts-Utopie schön, in Anführungszeichen, denn sie ist keineswegs schön. Aber nicht nur die Menschheit in so weiter Zukunft ist interessant, sondern auch die ganzen Xenos-Völker. Ich bin ein Mensch, der sagt, dass bestimmt in dieser Galaxie andere Lebensformen existieren. Und ich denke, dass so Sachen wie Elda und Tau, ja eigentlich, die schon sehr menschlich sind, halt nur ein bisschen weiterentwickelt und ein bisschen geistig reifer, sagen wir mal, doch da irgendwo draußen existieren können. Wer für mich aber eigentlich am wahrscheinlichsten existieren könnte, sind die Tyranniden. Und auch das ist ja eine Rasse, die bei uns auf dem Planeten tatsächlich so zwar in Miniaturform als Insekt, aber doch wirklich real existiert. Wenn wir an Heuschrecken denken oder sowas. Das sind ja Tyranniden in Kleinstform oder Kakerlaken. Insekten, die sich auch anpassen können und einfach nur diesen Instinkt der Vermehrung und des Fressens in sich tragen. Und das Gleiche gilt ebenfalls für die Chaosgötter. Klar, göttliche Wesen und diese ganzen Geschichten, das müssen wir alle für uns selber ausmachen. Aber das, was diese Chaosgötter repräsentieren, Seuche, Gewalt, Verführung und Intrigen, das ist ja etwas, was wir in unserem täglichen Leben fast erleben. Wir haben Kriege, wir haben Krankheiten. Schauen wir uns mal die letzten Ereignisse auf unserem Planeten an. Wir haben Lust und Verführung. Wir haben all diese Sachen. Menschen, die sich immer durch irgendwelche Intrigen einen Vorteil verschaffen wollen. All das macht ja auch irgendwo unsere Menschheit aus, so traurig das auch klingt. Wir sind kein friedvolles, liebevolles Volk. Wir sind ein sehr zerstörerisches Volk, würde ich mich fast aus dem Fenster lehnen. Und das macht das alles so aus. Und das wiederzufinden, klar, in auch wieder einer sehr extremen Form, wenn wir zum Beispiel an Chaos-Space-Wings denken, das finde ich sehr, sehr faszinierend und bindend bei dem Hobby. Denn in dieser fast schon perversen Form, klar, hat es aber auch was Schönes. Denn wir haben, wenn wir uns jetzt einfach mal in dieses Universum reindenken und uns damit identifizieren wollen, vielleicht auch ein Held in diesem Universum sein wollen, haben wir dennoch immer den Wunsch, oder ich, ich kann ja nur von mir sprechen, dass man gerne auch mal loslassen würde. Man will nicht immer ein moralisch perfekter Mensch sein. Man will nicht immer alles richtig tun, so wie es die Norm sagt. Man möchte vielleicht sein Gegenüber auch einfach mal ins Gesicht schlagen. Oder der Spruch, jemandem die Pest an den Hals zu wünschen, kommt ja auch nicht von irgendwo. Und in diesem Sinne haben wir in dem 40K-Universum Sachen, die ja so krass gegenüberstehen, aber auch für mich persönlich sehr faszinierend sind. Wir haben, sage ich mal, diese Disziplin und Loyalität der Space Marines oder eines Kommissars oder was auch immer, die man sich vielleicht für sein eigenes Leben wünscht. Wir haben etwas sehr Elitäres, etwas sehr Faszinierendes, auch dieser Glaube und dieser absolute Wille, haben aber auf der anderen Seite auch etwas, wo man loslassen kann. Vielleicht auch einfach, ja, man wäre dann gerne einen solchen Marine oder was auch immer. Und dass das Hobby und die Thematik so viel beinhaltet und für jeden einen Platz hat, das finde ich sehr schön. Mir hat das Hobby dann tatsächlich oft, auch in schweren Zeiten oder Zeiten, die einfach, ja, wie gesagt, nicht so gut liefen, einen gewissen Ankerpunkt gegeben. Denn durch diese ganzen Vergleiche, durch diese ganzen Ähnlichkeiten ist es für mich nicht ein Universum, was zu abgehoben ist. Klar, mit Warp und sowas ist es schon sehr abgespaced, aber die Kernaussage des Hobbys beinhaltet so viele Sachen, die in unserer Welt so ähnlich sind. Wir haben so viel Ungerechtigkeit, Gemeinheiten. Wir sind zu klein gegenüber diesem ganzen Großen da draußen. Wir können die Welt nicht alleine retten. Und bei Warhammer haben wir halt den Punkt, dass in dieser Ungerechtigkeit noch so viel steckt, wofür es sich in Anführungszeichen zu leben lohnt. Also wir haben genug militäre und schimmernde Personen, die irgendwas retten. Ob es jetzt der Space Marine ist, der eine Gruppe Menschen rettet, indem er da reinknallt und alles weghaut. Ob es jetzt die Inquisition tatsächlich ist, die eigentlich ja doch irgendwie eine sehr ekelhafte Organisation darstellt, aber auch nur im Sinne der Menschheit dient. Ob es jetzt vielleicht, wenn wir noch mal ein bisschen weitergehen in das 30K-Universum und uns mit der Horosphäre beschäftigen und mit diesen ganzen strahlenden Persönlichkeiten, die aber immer in sich gespalten sind. Ich finde, das gibt einem immer sehr viel Halt. Und wirklich, dass es ein nicht zu überdrehtes und zu unrealistisches Universum ist, finde ich dann immer sehr schön, um aus unserer eigenen Welt zu entkommen. Und das Schöne an dieser breit gefächerten Welt und diesem breit gefächerten Universum ist, dass irgendwie für jeden was dabei ist. Man kann ja auch immer ganz schön fliehen aus unserer realen Welt und sich damit diesen Sachen beschäftigen. Man kann den wirklich elitären Space Mean Order nehmen, etwas, was es hier auf dieser Welt nicht so in dieser Form gibt, und sich damit beschäftigen, wie schön das eigentlich ist, wie brennend sie in ihrem Glauben an den Imperator sind und dann auch irgendwie in Anführungszeichen für Gerechtigkeit stehen und alles perfekt machen und wirklich sehr elitär sind. Aber man kann auch sagen, boah, heute geht mir die Welt so dermaßen auf die Nerven. Ich werde am liebsten ausrasten und meine Wut schreien lassen und dann beschäftigt man sich halt mit Korn und seinen Horden und schlachtet einfach alles nieder, ob es jetzt bei einem Computerspiel sein, ob man die Bücher liest oder was auch immer, ob man ein bisschen malt. Und das finde ich halt so schön. Oder man wünscht sich eine bessere Welt, eine Welt, die zusammenarbeitet, die fast schon harmonisch ineinander wirkt und schaut sich dann die Tau an und das höhere Wohl. Auch wenn da ja auch nicht immer alles so im Reinen ist, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Und all diese Sachen zusammen, der Bezug zu unserer jetzigen Welt, zur Realität, zum menschlichen Dasein und diese Hoffnungslosigkeit, die aber noch eine Funken Hoffnung in sich hat, das sind diese Kernpunkte, die für mich das Hobby mit allem inbegriffen, ob es Computerspiele sind, ob es das Tabletop ist, die Miniaturen, die Bücher, die Hörspiele und was es nicht alles gibt, all das zusammen in einem Bundel ist das, was mich so an dem Thema fasziniert und warum ich auch schon so lange dabei bin. Weil es gibt auch so viel, was man immer wieder neu rausfindet. Eine Geschichte, der man folgen kann. Und es hört gefühlt nicht auf. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen vermitteln, warum ich das Hobby so interessant finde. Es gibt natürlich, das ist jetzt sehr grob gefasst gewesen, es gibt noch so viele schöne Unterpunkte, die ich gerne besprechen würde mit euch. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst mich das gerne wissen. Wie steht ihr denn zum Thema? Was findet ihr so interessant an 40k? Warum seid ihr im Hobby? Wie seid ihr reingekommen? Und was hält euch immer wieder beim Hobby? Lasst es mich doch gerne unten in den Kommentaren wissen oder auch gerne auf dem Discord, wenn ihr Bock habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Der Imperator beschützt und bis zum nächsten Mal. Ciao!